So Freunde, alle guten Dinger sind drei, wir müssen auf jeden Fall hier, haltet den Stützpunkt, Geist, also Geist. So, diesmal geh ich mal, das nimm ich mal mit, Granaten, oder Granaten. So Freunde. Sehr schön. Der Panzer ist, glaube ich, platzendlich, da kommt er noch ein. De l'aide arrive, une trainée dans le ciel bleu, ce pilote sera récompensé, et nous, non. Mais on le sait pas encore. A ce moment là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. Alter. So. So. Wollte schon sagen, was jetzt los? So. 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 Wir werden diesen Platz beitragen und zeigen alle, die wir wirklich sind. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Wir können sagen, dass sie mein Gespräch lieben haben. Also, wir haben aufgelistet. Wir haben uns gesperrt und gesperrt, um die Kanäle zu erreichen. Ich glaube, dass ich links gehe und die anderen, glaube ich, kriege ich zu sein. Wir sind von der Hauptsache. Ich bin von meinem Seite gegangen, um die Hauptsache zu attacken. Es muss jemanden haben, da. So, da war ja einer. Der guckt aber ganz genau hin. Also, das können wir hier oben lang. Der Kommandant will nicht, dass wir die Löhre gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. Unser Landi! Unser Landi! Was machen wir mit dem Karl? Nichts brauchbares Verständnis. Das ist alles Beste. Du kennst deine Befehle. Erschieß ihn einfach. Mein Gott! Ich bin in der Sicherheit, mein Bruder! Ganz wichtig! Das Alarm hier. Auszuschalten. Wie alle am chillen sind. Was? Habt ihr gesehen? Ich komm den da hinten. Schalt mich zuerst aus, oder? Ah! Sieht gut aus, Freunde. Was warst du mit chillen? Ich! Endlich allein! Nein! Das ist das Schlechte zu mir! Jetzt bin ich eh! Scheiße! Jetzt dreht ihr sich um! Ich hab was gesehen! Da drüben! Huh! Kamerad, es war nichts. Oh! 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 Ich könnte hier so richtig Rambazamba machen, aber wir gehen mal professionell hier. Entlang. Ja! Jetzt guckst du wieder an die Waffe, oder was? Sag mal! Na, nehmen wir mal mit. Okay, Leute. Ja, ich glaube das ist HIER! Ich es meine schönes. Ich komme zu schnell. Wir können das Gefühl und das Gefühl und das Gefühl. Da kommt auch noch hin. Wie ist das? Der kommt vor mir eine Kugel. Was wird denn gar nicht? Scheiße, wo ist es da? Boah, drei Schuss? Wenn die Versteckung von da ankommt, dann habe ich MG für die. Was ist denn die Versteckung? Wo dauert denn zu lange? Nein. Tja, das ist ein Blatt, die Versteckung. So, wo lang jetzt? Ja, gucken. Junge, was ist denn jetzt los? Nein! Alter, ich war doch im Kampfgebiet. Naja, egal. So, nochmal das gleiche oder was? Das ist ein Blatt, das ist ein Blatt. Boah, wenn das mal nicht sein Kopf war. Alter! Das ist ein Blatt, das ist ein Blatt. Ich habe doch mehr Glück als Verstand. Das ist ein Blatt, das ist ein Blatt. Was ist das? Was ist das? Ich habe das gerichtet, wenn wir kommen. Das ist ein Blatt. Das ist ein Blatt. Das ist ein Blatt. Das ist ein Blatt. Aber jetzt muss ich raus. Das ist ein Blatt. so weit ja hier komme ich hier nicht okay ja die sind so cool da wurde gerade hier geschaut mal ich muss mal ein bisschen markieren hier wenn ich welche finde so wie es aussieht aber sehe ich hier gar keinen keine chance ok die haben hier nichts mitbekommen ich muss kurz in deckung weil es sind viele scheiße ok Ich bin mir einfach durchgerollt. So Freunde, dann sind wir schon wieder ein mega Gefecht. Mann, 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 Mann. Oh, geh doch weg! Das gibt's doch gar nicht. Ich hab jetzt zwei mal in den Kopf geschossen. Mann, Mann! Mann, Mann! K инструмент ist das nicht? Ich mach das nicht. Zurück sie weiter. Mein Kampf gegen die vorher. Dann mal mal. Dann mal mal. Dann schreitst du auf Foto. Dann schreitst du auf die fuhr. Dann schreitst du mit dem Foto. Dann schreitst du, dass du das rauskriegst. Schau, schau, schau! gut zur deckung hier gehen wir halt geht ab kopf irgendwie klappt sich dann halt so ja 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 was trifft ich den nicht ja ja Das ist aber kein guter Wurf. Scheiße. Ah, verdammt. Paul, gerade wird es nach Lade. Aufpassen. Feindlicher Soldat. Aufpassen. Hier, eine verdammte Kanate. Na, endlich. Na, kurze Deckung hier. Das ist gut. 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 Daher ist es, Krass, wo keinem hier, oder was? Ja, Freunde. Das ist ein Schade. Spannend. Die Français kommen nicht zu den Schaden, oder sogar zu den Kuhn. Aber du kannst du den Schaden, alle alleine. Imagine ihre頭, wenn wir uns in der Rückfälle zurückkehren und wir ihn verabschieden. Das wird etwas zu sagen, unsere Kinder, Herr Krass. Surtout, du, der sehr alt ist. In ihren Augen, wir gehen für die Reine. Jai petit frère, ça me plait bien ce que tu dis là!